Shake it down! Ein getuntes Auto von eurer Garage und auch keinen Sport- oder Supersportwagen. Nehmt am besten einen SUV oder einen Geländewagen vor der Straße, dann klappt es am besten. So, in diesem Video möchte ich noch ganz kurz SchwänzTV, CR7, Buran, Eddie, Eddie, Eddie grüßen, weil die mir dabei geholfen haben und natürlich noch den Kampfzwerg, der nachträglich auch noch mit in die Sitzung kam. So, was ihr jetzt dazu machen müsst, und zwar ihr müsst hoch in den Sandy Shores gehen, da wo die ganzen Hippies und die Ufos sind und dort liegen an der Seite so Kisten rum. Und da müsst ihr versuchen, da einfach mit der Kiste, irgendwie in die Kiste reinzulaufen und wenn die Kiste sich bewegt, während ihr reinläuft, könnt ihr versuchen, in der Kiste zu rennen und dann launcht es euch nach oben. Allerdings, ich würde euch empfehlen, das Ganze mit Freunden zu machen, falls es bei euch solo nicht funktioniert, damit ein Freund von hinten oder von vorhin noch ein bisschen an euch hinrennen kann und euch quasi wegschubsen kann, weil dann katapultiert ihr sicher und das ist auch richtig geil und ich finde, das macht richtig Spaß. Ich weiß, der Klitsch ist jetzt nicht so der Burner, aber ich feiere sowas unheimlich und deswegen dachte ich, ich zeige es euch einfach mal, ist auch schon ein bisschen älter. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es euch gefällt. Wenn es so ist, würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen und ich denke mal, dass ich jetzt am Wochenende auch noch streamen werde. Das heißt, jeder, der Bock hat, da mitzumachen, der kann natürlich jederzeit da vorbeikommen. Das war es auf jeden Fall. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.